Radio SAW, Ortsgeschichten, Ortsnamen und ihre Herkunft. Präsentiert von Midgas, eurem Erdgasanbieter aus Mitteldeutschland. Aus der Region, für die Region. Heute Elend im Oberharz. Ein eher unerfreulicher Name, den der kleine Luftkurort Elend im Bodetal am Fuße des Brocken trägt. Sind die etwa 350 Bürger aus Elend alle schlecht gelaunt? Oder herrscht in dem kleinen Ort gar große Armut? Natürlich nicht. Den Ort gibt es schon seit dem Mittelalter und er soll von Mönchen stammen, die sich vor ca. 800 Jahren in dem Ort angesiedelt haben. Die Mönche nannten den Ort Eli Elendi, was so viel bedeutet wie fremdes Land. Wer im Mittelalter in der Fremde leben musste, führte meist ein armes Leben. Aus Eli Elendi entwickelte sich später Elende und schließlich wurde der Ort zu Elend. Elend. Übrigens steht in Elend die kleinste Holzkirche Deutschlands. Fakten, Geschichten und Legenden. Ortsnamen und ihre Herkunft. Die Radio SAW Ortsgeschichten. Präsentiert von Midgas, eurem Erdgasanbieter aus Mitteldeutschland. Aus der Region, für die Region. Aus der Region, für die Region. Untertitelung des ZDF find